Musik Guten Morgen meine Damen und Herren Willkommen im Jurassic Park Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt Musik 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 Ach, jetzt reicht's mir aber Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen, nicht aus den Schalltafeln Schnelltafeln 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 Schnellt 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 Hau! Das war's für heute. 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 Das ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Und wir haben den T-Rex mit 52 kmh gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sadler, willkommen im Dressing Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie's ab. Wir sind aus dem T-Rex. Und wir werden ihn verletzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.